Okay, was soll ich hier denn machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 1. 3. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Was ist das jetzt? Was waren das für Geräusche? Ich glaube es kommt gleich in der Sequenz irgendwie. Das ist scheiße, dass die Geräusche immer vorher kommen. Ich glaube das war es, was die Geräusche gemocht hat. Ich glaube das war's, was die Geräusche gemocht hat. Oh, na ho da tigang. Gan ho ha. Oh ja ne. Okay. Was ist das? Müssen wir nicht verstehen. Aber doch. Willkommen, Peter. Oh. Die kenne ich doch, oder? Ein Geist. Oder sowas ähnliches. Das betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst. Wir nennen es die Knochen. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten geleitet, ob das der richtige Pfad gelegt wird. Welcher Pfad? Der Deine. Welcher Pfad? Okay. Von hier Nosio. Ähm. Okay. Ich kann gar nichts machen. Aber ich bin ein Radler. Ich mach gar nichts. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gelegt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Warum pflege ich denn so niedrig? Wir haben Jahrtausende auf deiner Ankunft gewartet. Du, der du ihm das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kim. Viel wichtiger, als du je wissen wirst. Also ein bisschen steuern kann ich jetzt doch auf einmal. Ein bisschen. Einfach der... Nein, ich bin nicht in den Boden rein. Ich verstehe gar nichts. Sieh mir, wie es die Störung kommt. Halt schwammig. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Und da waren wir jetzt für die Kollisionen. Egal. In der Heimung reiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Es sägt, oder? Ja, es ist so vom Spiel beabsichtigt, dass wir so langsam sind. Ich habe schon gedacht, was ist jetzt los? Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Okay, was ist das? Das ist nur, wir sind ein Adler. Und... Nicht in den Boden? Schade. Wo, wo? Hätte ich mit der Steuerung erst vorher gewusst, wäre es mit denen keine Kollision viel einfacher gewesen. Egal. Werden wir schon überleben. Da habe ich das halt einmal nicht. Und warum sind wir jetzt genau nochmal in Adler? Was bringt uns das? Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher. Heute. In Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten. Die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ja, zum Beispiel Altair oder Ezio. Das waren so welche Leute. Und halt Desmond in der Zukunft. Denke ich, oder? Wo? Erstmal wieder im Schneegebiet. Ich sehe nichts. Nicht in dem Baum. Oh, nicht in dem Baum. Ich lief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Das sind die Fragen, auf die ich keine Antworten kriege, anscheinend. Ich glaube, es ist irgendwie halb Sequenz, halb Spiel irgendwie. Irgendwie ist es auch nicht gerade das schnellste. Unter dem Baum. Wann sind wir endlich da? Ich weiß immer nicht, wo wir hinwollen. Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Okay. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Jaja, ihr vielleicht habt's verstanden. Immer dieses... Mach mir Angst, ne? Mann. Wollt es nicht schon einmal? Was noch? Nichts mehr sonst. Okay, was ist das? Das sieht nicht gesund aus. Was soll ich also tun? Nicht in die Äste reinfliegen. Das erwähnt für einen Mann, der dich weiter auswählen wird. Suche dieses Symbol. Welches Symbol? Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen bist du später. Mann ey, sie geht immer überall rein. Die ist richtig schwer zu steuern jetzt. Boah, was für Geräusche, ey. Boah. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube ich bin fertig. Ich führe ein denkwürdiges Erlebnis. Würde ich sagen, wir endet. Nur halt ein paar viele Kollisionen. Das ist ja auch egal. Die Flur haben wir dann schon. Oh, 17 Uhr. Ich habe vor ein oder zwei Stunden angefangen. Boah, es ist langsam. F5 FPS geht ja mal gar nicht. Es darf ruhig weiter gehen. Aber es dauert ein bisschen länger wegen dem Scheiß von F5 FPS. Ja. Das ist schön, dass es so schön langsam ist. Ach, es ist wieder Desmond. Ah, jetzt flubbt es wieder. Wo sind wir jetzt gelandet? Gerade waren wir nach dem Dorf. Dann waren wir in einem Baum. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Ich trinke erstmal einen Schluck. Kurzer Leak. Was macht der jetzt? Achso. Oh, das ist das. Was macht der jetzt? Sag Juni? pilotier hat nicht gut. Das, was es passt. Achso. уш nicht sitzt authorities? Der Zufall, der sie mit uns machte. Sie können die Hände nicht mehr als die Welt kommen. Er ist nicht mehr so, dass wir uns nicht mehr als die Hände. управlässlich. Mit dem Angriff Addision gehen wir und dann sind wir dort die Ahnung. Die sind in der Zeit der Gemeinde. Die sind jetzt so schnell. Dann können wir ihr auch mit dem Hand nehmen. Ja, das ist doch Sinn. Was denn deine, deine, meine, was? Eine Schlafmatte. Oh, das ist die Karte. Was soll Kleidung sein? Ja, aber. Ist das die Kleidung von Heise? So wie ich das verstanden habe. Oh. So, okay. Mein Headset ist verrutscht. Sehri asadoga, nekzi getzhani, sozi ezo zahare. Was sezakane garihwairunitsdu, satahatshanri. Ups. Ich brauchst den Platz hier. So. Jetzt kann es ruhig weitergehen wieder. Ich wüsste trotzdem gerne, wo wir es sind. Zum Helden wird mein geboren. Erfolg freigeschaltet. Ich wüsste gar nicht, ob man überhaupt eine Aufnahme sehen kann. Das ist also diese YouPlay Nachrichten. Ja, ist doch auch eigentlich ziemlich egal. Interessiert im Endeffekt sowieso niemanden die Erfolge. Ich wüsste gar nicht voll schießen. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer ich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir jetzt noch da gehen müssen. Das werden wir auch tun. Vielleicht habe ich doch nicht Lust, hier jeden einzelnen Aussichtspunkt zu erkunden. Das mache ich vielleicht irgendwann mal offscreen. Ich will jetzt ein bisschen mehr von der Story sehen. Das wird gerade so interessant und spannend irgendwie, finde ich. Mehr interessant als spannend. Aber trotzdem ist die Story gerade sehr, sehr interessant. Oh, da ist ein Gegner. Ich habe doch eh gedrückt. Linke Maustaste, linke Maustaste, linke Maustaste. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, wir auch. Warum springe ich auch hinterher? Ja, tot sind wahr. Ja, nicht lang. Wo war ich denn gerade? Wo habe ich denn gerade gestartet? Ja, das war ich... Ich habe mich energ 一 cran disintegr. 가�iguよ pomoc��다. Ich werde Chinese-Divote schon auf dem Fall verliminieren. 일ke Maustaste plan! Ich habe sie gemachtKS doch eine Einfahrt twist note.